Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Sonntag dominieren leider Regen und kalte Temperaturen den Tag. Aber der perfekte Tag also, um sich zu Hause ein heißes Getränk zu machen und ein gutes Buch zu lesen. Der frühe Sonntagmorgen beginnt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichten Regenschauern. Im Laufe des Tages steigen die Höchstwerte auf bis zu 3 Grad und es bleibt weiterhin regnerisch. In der Nacht auf Montag lassen die Niederschläge nach, die Temperaturen bewegen sich nach wie vor zwischen 1 und 3 Grad. Der Start in die neue Woche gestaltet sich dann etwas sonniger und trockener bei Temperaturen von bis zu 7 Grad. Aber bereits in der Nacht auf Dienstag kühlt es wieder ab auf bis zu minus 1 Grad. Im Laufe des Tages kommt es zu Höchstwerten von bis zu 5 Grad. Am Mittwoch bleibt es weiterhin sonnig, die Temperaturen überschreiten aber weiterhin nicht die 5 Grad Marke.